Das Eröffnungslied von Miraculous Ladybug muss geändert werden, weil immer mehr Menschen wissen, dass Marinette Ladybug ist. Aber kennst du die Person, die bisher von Marinettes geheimer Identität erfahren haben? Da hätten wir zum einen Alja. Da sie die Verantwortung als Wächterin nicht mehr tragen konnte, verriet Marinette in Staffel 4 ihr Geheimnis an Alja. Dann wäre da noch Luca. In der Episode Kindheitsträume erfuhr Luca die geheime Identität von Marinette und Cat Noir, als er Vyperion, seine Superheldenform war. Deshalb verließ er Paris in Staffel 5. Dann Kagami. In Folge 12 von Staffel 5 platzte Kagami herein, als Marinette und Alja sich unterhielten und stellte fest, dass sie Ladybug war, nachdem Marinette sagte, dass sie alle Miraculous verloren hatte. Aufgrund von Marinettes Verschwinden, als sie zu Ladybug wurde und der Möglichkeit, dass Kagami Marinette um Hilfe bitten könnte, um sie zu retten, denken die Fans, dass Felix definitiv Marinettes geheime Identität kennen wird. Und zu guter Letzt Alix. Da Alix in Staffel 5 das Kaninchen Miraculous hat, ist es nun sicher, dass sie Marinettes Identität herausfinden wird.